Gewitter im Kopf. Ein Tag als Kellner. Es ist wieder eine gesamte Bandbreite an Leuten beziehungsweise Serang-Gästen da und die werde ich dann heute mal als Kellner bedienen. Hallo. Hallo Jan, das ist aber prima, dass du kurzfristig einspringen konntest. Ja, das ist echt schön. Wir haben unvorhergesehen eine kleine Gruppe da. Ja. Aber du kennst das ja schon, du hast das schon mal gemacht. Genau, ich bin heute zum dritten Mai hier. Ist ja cool, dass ich das nochmal machen darf. Ich habe schon hier alles fertig. Ah ja. Weil du ja direkt kommst hier. Damit man sieht, dass du eine von uns bist. Die ist zum Vergleich von wo ich das erste Mal hier war, nicht mehr so schlage, aber geht noch. Die liegt an Weihnachten. Genau, Weihnachten 2019. Hallo. Hallöchen. Hallo. Wie schön, dass ihr hier seid. Ja, euch sind es auch. Kann ich euch nicht tanzen zum Beispiel. Ja, wir sind zu der Weihnachtsfeier hier im Gruppe. Ja, klar, sehr gerne. Dann folgt mir einfach. Covid-Post. Genau. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Kann ich bitte mal euren Familiennachweis sehen? Gerne. Ja, sehr gut. Okay, auch super. Dankeschön. Ist der von uns hier in Ordnung? Ja. Sehr gerne. So, die Karten lasse ich dann einmal hier. Danke schön. Könnt ihr am Platz abnehmen. Wisst ihr schon, was ihr trinken wollt? Oder wollt ihr erstmal in die Karte gucken? Oh, ich glaube, ich gucke erstmal in die Karte. Ich auch. Okay. Dann bis später. Dankeschön. Danke. Ist der Tisch hier in Ordnung? Ja, super. Ja, klar. Das ist jetzt Wasser drin. Danke, danke. Es tut irgendwie weh, dass die Club schließen müssen, aber die Restaurants noch aufhaben dürfen, oder? Äh, habt ihr eine Garderobe hier? Ja, sicher. Soll ich deine Jacke nehmen? Oh, gerne. Kann ich schon irgendwas zu trinken bringen oder wollt ihr erstmal in die Karte gucken? Ich würde eine große Späte nehmen. Okay. Ich nehme Wasser. Falls ihr das nicht haben, kriegst du ein Wasser. Und, äh, kann ich dir auch schon was zu trinken bringen? Äh, genau. Ich würde eine Sprite gerne nehmen. Ja. Keine Karte suchen. Okay. Gut, das kann ich mir merken. Es bräuchte, äh, gibt es hier, gibt es hier Spezi? Müsst ihr euch alleine zusammenlassen. Guck mal, was das ist. Okay. Panta Cola. Ach, das ist eine, ne? Genau. Panta Cola und ein Glas für Himmel. Genau. Panta Cola. Panta Cola. Hier war einmal zum Trinken ein Wasser und eine Sprite und, ach ja, genau, du sagst Fanta und... Genau, Fanta. Äh, ich hatte die Cola Zero. Genau. Es gibt leider nur eine Cola, aber ich denke, das ist okay, ne? Ach so. Das passt. Alles gut. Okay. Etwas anderes hätte ich nicht akzeptiert. Hier dann. Sprite. So, ich habe gehört, eine Spezies, einfach Cola und Fanta gemischt. Das ist richtig. Okay. Ach so, du musst die nächste anmischen. Okay. Na ja, klar, gerne doch. Dankeschön. Du hattest die Wasser, oder? Genau. Ah, habe ich tatsächlich ein Wasser zu mir gebraucht. Habe ich so viel Wasser geholt? So, kann schon irgendwas zu essen sein? Gucken noch. Hi. Hallo. Ah, jetzt ist die Pomi, jetzt auf da. Darf ich die zwei gehen noch weiter einmal nehmen? Ja, natürlich. Melina, Charlene, hoch. Danke dafür. Dankeschön. So, dann folgt mir einmal. Hier in der Ecke wäre noch was frei. Oh, super. Dankeschön. Entschuldigung? Ja. Könntest du uns heute die Kerzen noch anmachen? Ja, klar doch. Melina, du hast mein Feuer. Sollte die in der Ecke nochmal trinken? Ja. Keine Sorge, dein Gericht ist für mich. Vielen Dank. Gerne. Du hattest auch ein Glühwein, ne? Wir hatten alle Glühwein, ja. Vielen Dank. Ich hatte keinen, aber ich bereue es ein bisschen. Also, ich würde ihn auch nehmen. Ah ja, klar, gerne. Dankeschön. Gerne. Ich hatte auch noch eine Spezi, also. Stimmt. Habe ich nicht vergessen. Oh ja. Achso, die haben sich am Tisch gemixt, oder wie? Genau. Ich habe gehört, das besteht aus Cola und Fanta, richtig? Frischer geht's nicht. Das stimmt. Frisch zu bereitet, oder sprecht sich ausgemacht. So. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Mal sagen, dass es ein bisschen später kam. Ich hab Zeit. Sehr gut. Aber ich habe eine Frage. Ja? Was ist die Schweinkopf-Sülze? Das ist ein Gerücht, aber es ist nicht vegetarisch. Okay. Ja, was ist das jetzt? Ja, was ist das? Ich werde es ganz schnell in der Karo bringen. Dankeschön. Ist sowas. So, kann ich hier schon mal was zu essen bringen? Ja, genau. Wir wollten eine Vorspeise, das warme Knoblauchbrot. Kann man sich das dann zu zweiteilen? Ja, warme Knoblauchbrot. Genau, davon nehmen wir dann erstmal eines. Okay. So, kann ich hier schon mal was zu essen bringen? Gerne. Ja, bitte. Du zuerst. Wir nehmen einmal als Vorspeise den Scheiterhaufen. Und das warme Knoblauchbrot auch. Nein. Ja, klar, gerne. Okay, dann nicht. Schau doch. Weißt du, wie der Hauptschweiz schon? Ich nehme das Dina Schnitzel zum Haften. Der Scheiterhaufen nochmal. Ja, Dina Schnitzel. Ich nehme die Kartoffeln mit Käse überbacken. Ich habe hier nicht mehr so viel Platz. Kann ich anstelle von dem Salat Pommes haben? Wie lautet das nochmal? Kartoffeln mit Käse. Ja. Anstelle von dem Salat Pommes. Ja, habe ich. So? Ich muss das aber noch hier machen. Okay, danke. Ja. Könnten Sie uns vielleicht die Karten abnehmen schon mal? Aber sonst ist nicht so viel Platz zurück. Sicher. Dankeschön. Gerne. Ja. Was kann ich hier zu Essen bringen? Wir würden uns gerne einmal ein Knoblauchbrot teilen. Und ich hätte gerne noch die Spine abgeben. Und für uns beide Spine Schnitzel. Okay. Jeweils eins? Ja. Okay. Nur um sicher zu blüten. Das ist alles. Vielen Dank. Okay, gerne. Ja. Die Tageskarte reingeräumt. Also wenn es doch mal jemand was anderes möchte, es gibt es sogar noch eine Tageskarte. Ah, da kommst du aber früh mit. Kannst du was empfehlen? Ja. Okay. Ähm. Wir werden wir nix. Natürlich keine Empfehlung. Die Rosen. Die Rosen. Die Rosen. Die Rosen. Die Rosen. Die Rosen. Das Rosenkohlcreme-Sückchen mit Brot ist ganz gut. Also soll ich noch irgendwo etwas dazu bringen? Also wir sind zufrieden. Wir sind fast fast. Ja sicher. So, die Faustkreis sind fertig, dann bringe ich die mal rüber zu den Gästen, ne? So, hier war einmal das Brot. Kann ich hier auch noch neue Getränke trinken? Äh, hier, das passt grad noch. Ich hab's noch. Sorry? Ja. Toiletten? Wo habt ihr die Toilette? Hä? Ähm, die sind direkt rechts vom Haupteingang, wo das Toilettenzeichen dran ist. Alright, top, dankeschön. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Den Rest abräumen, den wir nicht brauchen. Hat mich hier mal gerufen. Ja, hier, ich. Ja. Sie wollen noch den Rest abräumen, den wir nicht brauchen, weil sonst wird's, glaub ich, gleich ein bisschen eng mit den ganzen Vorspeisen und so. Danke, danke. Entschuldigung, ich hab auch noch einen Wunsch. Ich soll mich ficken, oder was? Äh, ich hab gern ein Stückes Wasser noch. Ja, sicher. Okay, sehr. Noch was zu trinken? Ja, danke. Okay. Aber gut. So, ich denke, das sollte passen so. Ich hab noch eine Frage für später. Kann man ja mit Apple Pay bezahlen? Äh. So, also mit dem Handy. Ich frag direkt nach. Das wär super, ja. Weil ich hab keine Karte dabei leider. Okay, ich frag mal danach. Dankeschön. Ich glaub, der will uns betrügen. Ist jemand Laktoseintolerant? Ja. Ähm, ist das Käse? Mhm. Bist du verrückt? Ja. Soll ich was anderes bringen? Das passt schon. Ähm, das ist der, ähm, das, bitteschön. Und, ähm, Apple Pay funktioniert auch. Ah, super. Was ist das hier eigentlich für eine lahme Weihnachtsfeier? Seid ihr Altenpfleger? Ne, bitte nicht gegen diesen selbstbeschätzten Berufsaal. Ach ja, stimmt. Ihr seid Influencer. Sehr gut angesehen. Oh, das ist geil. Könnt ihr's bitte lachen? Nee. Das gehört zum Essen. Das Brot kommt sofort. Ja? Danke. Ja. Habe ich schon wieder was überreden. Ja. Hast du auch richtig? Ich finde es ein bisschen lauf hier. Hast du schon zum Blick? Ja. Ja. Stört schon selber. Ja. Ja, ich sorge. Ruhe! Ja. Bitte? Ach so. Entschuldigung. Wie lange dauert unser Schnitzel noch? Ähm, kann sich nur noch ein wenige Minuten haben. Und das Brot? Das, ähm, geht auch sehr schnell. Kann ich hier noch was bringen? Wolltet ihr nicht Salat? Nee. Sicher? Nee. Könnt ihr vielleicht noch mal die Karte haben? Vielleicht will ich noch einen Wein trinken. Ah, Schafskäse. Ich will dir noch Ziegenkäse drauf. Schafskäse bitte. Ja, das mal nicht. Wie bitte? Könnt ich noch mal die Karte haben? Vielleicht würde ich noch gerne Wein trinken. Tageskarte oder normale Karte? Nee, habt ihr eine Weinkarte? Ja. Sorry? Wir hatten ja auch noch drei Glühwein bestellt. Oh ja. Ja. Ich auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Ach so. Ich habe durch Zufall dieses Restaurant gesehen und gefragt, ob ich bedient werden kann. Der Kellner sagt dir nein. Du Schiff. Du Schiff. Das ist einfach nicht. Ähm. Das Käse kommt. Die tauschen schon. Die tauschen schon. Aber die helfen sich selber, ist gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ach die Fruchtweiß. Oh. So. Hier ist auch. Was ist da drauf? Sind da Möhren drauf? Nein, das sind Tomaten und vielleicht Paprika. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Aber der Salat ist nicht da dran, oder? Aber der Salat ist nicht da dran, oder? Nein, nein. Ja natürlich. Dankeschön. So. Ist das jetzt mein Schafskäsesalat? Ja, das ist der Salat mit dem Schafskäse. Mozzarella oder Schafskäse? Schafskäse. Schafskäse. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Ich hätte gerne noch einen Glühwein. Ja sicher. Glühwein. Wie kommt es, dass die jetzt schon gehen sollen? Die gehen nicht. Ich schließe ab. Die sind noch nicht fertig. Denkst du das liegt vielleicht an deinem Bedienungsstil? Nein. Das Ganze wollte ich nach Hause wollen. Nein. So, die kriegen ja gleich nur das Essen, dann noch mehr Glühwein, das geht schon. Also Jan meinte, er lässt euch nicht gehen, dann schließt euch die Tür ab. Okay. Warum? Warum? Er meinte, stressiert ihr nicht, ihr kriegt auch einen Hauptgang, ihr geht vorher nicht. Nee, wir sind mit dem Service einfach nicht so zufrieden. Ja. 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 Ja.